Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sie haben Elli auf dem OP-Tisch und wollen ihr da am Gehirn rumfummeln, um irgendwie für den Impfstoff, wir kennen die Story alle. Und jetzt flippt Joel aus und macht ihr alle platt, um Elli rauszuholen. Wir sind natürlich mit dabei und sind gut vorangekommen. Wir haben beim letzten Mal wieder ein bisschen überzogen, aber wie gesagt, ich denke, das wird es heute gewesen sein. Wir sind hier an diesem komischen Röhrengerät. Damit habe ich mich beim letzten Mal verabschiedet. Bestandsaufnahme, Molotow ist noch da. Ohne Rauchbombe hätten wir auch noch. Das ist auch gut. Okay, weiter geht's. Wir haben schon einige ausgeschaltet. Da hinten steht auf jeden Fall noch jemand. Ich weiß aber, dass hier noch irgendwo einer sich, glaube ich, hingehockt hatte. Oh, ist jetzt wieder die Frage, war ich hier, war ich hier noch nicht. Nee, hier war ich auf keinen Fall. Oh. Nee, er ist weit weg. Gehen wir mal kurz hier rein. Wir haben nämlich auch schon einiges gefunden wieder. Oh, Pillen. Kriege ich echt noch Schwanken der Waffe? Nee, ich glaube nicht mehr. Es sind 30. Das ist... Obwohl, wir sind hier im Krankenhaus, ne? Also, wenn hier einer Staff haben sollte, dann die. Ich glaube, hier hinten waren wir schon überall beim letzten Mal. Joel, wo ist eigentlich deine Waffe? Die hat jetzt auf deinem Rücken nichts zu suchen. Bitte behalte sie in der Hand. Hier, Staff, Staff, Staff. Der Lumpen ist voll. Wir machen... Ich kann nur ein Messer machen. Nee, dafür verschwinde ich die Klinge aber nicht. Dann hoffe ich auf mehr und warte lieber auf eine Nagelbombe. So, hier unten liegt einer, da gegenüber glitzert ist. Da könnte noch was liegen. Da steht einer. Wird sein, da war auf jeden Fall noch jemand. Da liegt noch ein Rohr. Leute, die Musik ist auch schon wieder so, ne? Ist jetzt halt auch nicht gerade so hilfreich, wenn man sich... Was ist denn da? Was liegt denn da? Ich kann es nicht erkennen. Was ist das? Neue Waffe, Sturmgewehr. Nein. Wo ist sie jetzt? Wo ist mein Sturmi? Ist es hier so ne... Ne, warte. Ich bin ganz aufgeregt. Da. Ne, warte, ist der Flammenwerfer. Hier ist das Sturmgewehr. Ja, das ist das Klicken, was ich hören will. Das ist mal so ein richtiges Let's go weiter klicken. Was mach ich denn? Ich bin völlig aus der Fassung. Ja. Warte. Sehe ich da einen Helm? Ich wollte da gerade rüber marschieren und looten. Guck mal, er. Ich hab dich zuerst gesehen. Boah, weißt du, wieder mit dem ganzen Arsenal hier. Das ist doch voll unfair. Ach, ein Fehler. Super angespannt. Super schlecht. Bin gleich tot. Die sind super ausgepanzert, ausgerüstet. Ich kann nicht sprechen. Und super Sturmgewehr. Nur noch 13 Schuss. Es ist schon wieder eine Farce. Ich würde mich gerne ver- Aaaaaah! Wo? Wo? War er das jetzt hier vor mir? Hat's ihn denn jetzt auch platt gemacht? Wo denn? Komm her! Ey, die sind richtig gepanzert. Da ist kein Durchkommen. Ich würde gerne Medikit machen, aber ich trau mich nicht. Joel. Joel? Ich möchte das Medikit, das Medikit. Oh, ich bin völlig... Ja, warum, Fran? Warum? Warum musste ich, dass er da... ...zurück ins Feuer rennt. Kannst du bitte das Medikit benutzen? Ja, ja, dafür werde ich bezahlen. Oh, er lebt noch. Das ist ja ein Ding. Jetzt nicht mehr, oder? So, da Garn-Sehnten ist noch einer. Das war unklug. Gib mir mal meine Schrot. Oh, ich weiß nicht, dass er da ist. Er ist hier drüben! Nein! Wir kommen gut voran, wir kommen gut voran. Eins, zwei, drei, schon wieder. Ein Schuss noch in dieser Waffe. Siebzehn in der Revolver, aber ein Revolver. Hat das überhaupt was gebracht? Ich glaube nicht. Es toucht ihn gar nicht, dass ich ihn hier mit einem Revolver versuche, niederzumachen. Ich bin überfordert. Schnell, schnell, Jagd, Jagd, Jagd. Wieso? Ich habe ihn doch eben schon mal getroffen. Ins Gesicht, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Das Ding ist, ich habe kein Medikin mehr. Habe ich ihn erwischt? Ich sehe nur Nullen. Ich sehe nur Nullen. Da stand auf jeden Fall noch einer. Ja. Ich will halt mal gucken, ob hier irgendjemand was für mich hat. Medikit oder so. Patronen. Und wieder alle. Wie üblich. Auch in der letzten Folge. Alle an einer Stelle. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich hätte gerne Medikit, meine Lieben. Was zum Werfen wäre auch nicht schlecht. Damit ich den da woanders hinlocken kann. Da hin zum Beispiel. Die haben halt Helm an. Mit Pfeil und Bogen ist da nicht viel zu machen. Das ist schwierig. Vor allem. Ja. Oh, Joel. Oh, Joel. Was hat er denn für eine Granatenschüsse da? Das erinnert mich an diesen komischen Panzer. Von dem wir mal wegrennen mussten. Das war auch so. Der hat gar nicht mehr aufgehört. Ja, ein Schuss und ich bin dran. Was schade wäre, weil wir sehr gut hier alles platt gemacht haben. Joel. Oh, aber ich habe ihn da hinten ausgeschaltet. Habt ihr gehört? Medikit wäre echt nice. Bitte. Boah, ich habe gerade gedacht, da steht einer. Ich brauche Medikit. Sonst ist das hier leicht zu Ende. Es ist nur eine Maus. Ich dachte, da liegt ein Lumpen. Boah. Bitte, bitte. Irgendwas für ein Medikit. Kleber ist voll. Natürlich Medikit. 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 Benutzen. 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 Yes. Was können wir noch herstellen? Immer noch ein Messer. Möchte ich nicht. Brauche ich nicht. Ich bin eine Nagelbombe. Irgendwas anderes Effektives. Joel. Wo ist deine Waffe? Hot for Dorme, würde der Holländer jetzt sagen. Wohin? Wahrscheinlich dem Lichter folgen. Und ich habe Angst, dass hier doch noch jemand ist. War ich hier? Ne, da hinten glitzert es überall. Da war ich garantiert noch nicht. Da habe ich. Mitnehmen die Sachen. Hier, nimm mit. Joel. Joel. Nimm es bitte. Zucker ist voll. Ich habe das Gefühl, ich sah mir richtig ein und sah mir richtig ab. Kann aber nichts herstellen. Weil nicht genug. Boah, da kann ich auch noch rein. Boah, da kann ich auch noch ein bisschen. Das machen wir auch. Boah, Leute. Die Musik. Warte, war ich nicht hier? Hier war ich doch auch schon. Hier ist doch der Lumpen, den ich habe liegen lassen müssen. Heißt das wieder, ich bin im Kreis gelaufen? Ja. Okay. Deine Waffe. Ja, ja. Ach Leute, es tut mir leid. Viertelstunde, wir laufen hier im Kreis. Aber komm, ein paar haben wir platt gemacht. So ist es nicht. So ist es nicht. Wir waren auf jeden Fall fleißig. Ob wir es in dieser Folge schaffen. Jetzt gerade habe ich da so meine Zweifel an. Da hinten müssen wir hin. Wo das Licht leuchtet. Ich trau mich nicht. Nein. Doch. Ich muss den Flur da entlang. Aber da lag noch was in dem... ...hier. Auf dem Tisch. Da müssen wir durch. Ich sag ja, ich sammle hier ein. Aber irgendwie... nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ans Ziel komme. Und irgendwas herstellen kann. Haben wir alles, was es zu finden gab, mitgenommen? Ich hoffe es einfach... Ja, ja, wir waren hier überall. Warte, bevor wir weitergehen. Joel! Bitte! Keine offensive Moves jetzt hier. Nicht kurz vor knapp. Nee, warte, ich nehme meine Jagd. Die nehmen wir. Nachladen. Hüpfen. Ja, hier waren wir überall. Es tut mir leid, wenn ich jetzt super leise bin, aber... Ich habe Angst, dass sie zurückkommen. Meint ihr das passiert? Ich meine, ich würde jetzt nicht zurückgehen und die da platt machen wollen. Ich bin ja froh, dass sie an mir vorbei sind. Boah, was machen wir? Oder Molotow. Oder ein Medikit. Warte, ich muss ein bisschen mehr in die Ecke, da fühle ich mich sicherer. Wir müssen eigentlich ein Medikit machen, weil sonst sind wir dran. Und dann machen wir auch gleich den hier. Für Schwanken der Waffe hat es dann leider nicht mehr gereicht. Das Ding ist, die haben halt bestimmt vor diesen Sachen so Patronen. Aber die sind so schön an mir vorbeigelaufen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir sie links liegen. Die sind so schnell. Ach! Ach! Ah! Nein! Runter! Joel! Runter! Runter! Nein! Runter! 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 Das war's. ARD Text im Auftrag von Funk Nein, ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere das nicht. Ich brauche ganz dringend, Medikit. Joel, bitte. Joel. Wow, viel schneller kann er sich heilen. Das finde ich gut. Wir haben noch vier Schuss. Boah, Leute. Es geht richtig ab. Jetzt hier noch mal zum Schluss. Ich drücke falsche Tasten noch und nöcher. Joel, bleib unten. Meine Nerven liegen blank. Gib mir den Stuff. Wir gehen sofort durch diese Tür. Ich muss einmal kurz Luft holen, eine falsche Taste drücken. Joel, lass uns die andere Waffe nehmen und die nachladen. Und dann nehmen wir diese Waffe in die Hand und gehen durch diese Tür. Mein Herz ist rast. Es ist einfach schwungvoll. Geht es hier zu Ende. Let's go. Preisfrage hoch, runter. Ich würde sagen hoch. Wir gehen trotzdem mal runter. Warum? Keine Ahnung. Waren es Schritte umsonst? Nein. Also ja. Waren es. Boah. Wieder falsche Taste. Ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Es ist unglaublich, was sich hier abspielt. Joel. Joel, wo ist deine Waffe? Hast du sie in der Hand? Sehe ich sie noch nicht. Ja, es ist überall 0, 0, 0. Ja. Ich habe immer mal so ein bisschen Angst. Noch eine Tür. Natürlich. Ist hier noch irgendwas? Nein. Aufzeichnungsgerät des Chirurgen ansehen. Abspielen. Jetzt hier so mittendrin. 28. April. Marleen hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hochbleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des pro-inflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodromen Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nichts umsonst gewesen. Ja, sie scheint wirklich der Schlüssel zu sein. Es ist also, wenn es wirklich stimmt, dann ist es schon sehr, sehr egoistisch hier von unserem lieben Joel. Ich meine, ich liebe ja Joel, ist ja keine Frage. Aber das hat dann schon irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Schon wieder so viele Türen. Dann gehen wir gleich durch. Entschuldigung. Ist das hier so ein supertoller Raum mit supertollen Staff? Ich habe kein Messer. Nein. 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 Das möchte ich auch ungern akzeptieren, dass ich da jetzt nicht reinkomme. Diese letzte Tür, wahrscheinlich letzte Tür, soll ich jetzt nicht mehr öffnen können, nur weil ich kein Messer habe. Ich glaube, ich kann echt mal aufstehen. Was ist das? Das ist Marlins Aufzeichnungsgerät. Es ist 17.30 Uhr am 28. April. Ich hatte ein Gespräch, eher ein Streit mit dem Chirurgen. Man kann den Parasiten offenbar nicht entfernen, ohne den Wirt zu töten. Es wäre also das Todesurteil für die Kleine. Und jetzt wollen sie mein Einverständnis. Die Prüfungen werden immer härter und härter. Nicht wahr? Ja. Allerdings, vor allem wie sie sagte, wenn sie die wirklich seit Geburt ankennt oder auch mit ihrer Mutter gut befreundet sei, wie muss das denn für sie sein? Aber es ist halt auch umso krasser, dass sie es auch einfach so machen würde. Oder immer sagt, hier, mach mal. Was machen wir? Mediket, Molotow? Das muss eigentlich Mediket sein, sonst überleben wir das hier bis zum Ende nicht. Ich kann doch ein Messer herstellen. Oh, ich Dummi. Das war wieder so ein ganz typischer Pinky. Moment. Wo gehen wir lang? Hier geht es nicht weiter. Ja, dann gehen wir zurück zur Tür. Also jetzt hat er es echt eilig, der liebe Joel. Der ist richtig gestresst. Wo war denn jetzt die Tür? War das die Tür? Ja, hier, das war die Tür. Aha, man kann zu beiden Seiten da einfach durchgehen. Das ist unsere Rätselslösung. So, wir gehen durch diese Tür, denn wir haben ein Messer. So, wenn ich jetzt hier nicht nochmal richtig Stuff finde. Firefly Anhänger. Von. Ich kann es gar nicht aussprechen. Briony, Stewart, Soim. 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 Keine Ahnung. Whatever. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Nehmen wir ihn. Ja, komm. Wir machen alles fresh. Richtig was los hier. Heißt mal wieder, es kommt was auf uns zu. Was liegt denn hier noch? Was ist denn hier voll? Zeig es mir. Hallo. Ach, das ist der Revolver. Ich habe es heute richtig mit der falschen Taste, ja? So, wir müssen alles nachladen. Vorher gehen wir hier wie immer nicht weiter. Und wir haben ja jetzt auch einiges gefunden, muss man sagen. Hier, Schrot haben wir. Oh, ja, die ist gut. Die ist gut. Boah, ich glaube, meine Achse ist stärker als dieses Rohr. Ich würde es doch nochmal tauschen wollen. Wir machen auf jeden Fall eine Nagebombe. Und Molotow. Ein Medikid muss reichen. Jetzt glaube ich doch noch bis zum Schwanken der Waffe geschafft. Wäre ich einfach geduldig geblieben. Bin ich aber nicht. Nicht meine Stärke. Joel, nimm deine Waffe bitte. Ja, wir gehen hier durch. Schaffen wir das noch von der Zeit? Warte, was hat es denn jetzt hier mit dieser anderen Tür auf sich? Boah, wie er stürmt. Das ist dasselbe hier. Ja. Okay. Ich glaube, das wird heute doch nichts mehr. Da war ich aber sehr optimistisch, als ich in die Folge gestartet bin. Ich dachte tatsächlich, wir würden es heute noch schaffen, aber weit gefehlt. Ich glaube, das ist immer noch ein gutes Stück und dann noch mit Storytelling und Abspann und so weiter würde das auf jeden Fall den Rahmen dieser Folge spraengen. Deswegen machen wir hier einen Cut. Ich überlege gerade, ob wir noch in dieses Zelt reingehen. Wir gehen auf jeden Fall drumherum. Drumherum. Ist hier noch mehr zum Mitnehmen? Oh, nee. Ja, gut. Ein Stein. Dann looten wir noch ganz kurz hier die zwei Räumchen, drei Räumchen, dass wir das auch erledigt haben. Ich glaube, das können wir auch aufrecht machen, lieber Joel. So viele Räume. Und was konnte ich mitnehmen? Ein Stein. Das ist meine Ausbeute. Gut. Dann zum vielleicht vorletzten Mal verabschiede ich mich von euch mit diesem Firefly-Logo auf diesem komischen Plastikvorhang und bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Das war die 40. Folge. Geht weiter mit Folge 41. logischerweise vielleicht dann mit dem Ende des Spiels. Tschüss, Fireflies. Tschüss, Joel. Ellie. Wir kommen. Aber nicht mehr heute.